Hallo Fans, ich bin gerade auf dem Weg zum nächsten EDG-Dreh, denn bald kommt eine weitere Expansion der Gefühle-Folge auf euch zu. Doch vor dem Drehbeginn trinke ich noch eine schöne Fritz-Colab. Fuck yeah! Hey, das war die vierte Folge von Expansion der Gefühle. Ja geschehen Patrick! Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns das genau in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken, zu subscriben, zu faffen und alles was ihr mit dem Video machen könnt. Los! Was? Vielen Dank.